Zu spät. Das wären jetzt 50 oder so gewesen. Für die Dreifach-Schrot-Bildung, automatisch. Gehen wir mal runter, oder? Flashlight anmachen. Welche, Toddy? Ja. Wo hat noch Flashlight? Auf Pistolen. Komm mal mit in der Super rein. Ja, ja. Hab ich grad ein bisschen was zu blut gemacht. Oh, die sind böse. Jetzt auf den Kern, auf den Kern schießen. Ich muss jetzt hier irgendwie an, ähm, Sporty A-Dies weiterdenken. Echt? Ich musste hier grad an die Left 4 Dead Karte denken. Dead Carnival. Hinter uns. Stalker. Hab'sa. Ja komm, da haben wir noch welche. Ich hab jetzt nur Tool-Barattas. Die sind bald leer. Ah ne, okay. Ich hab noch fünfmal geblieben. Hier vorne ist ein Gummi. Okay. Ja. Ich krieg die grad noch hier, die letzten Wagen. Ah, ich schaff' dich. Komm, nehm' ich jetzt noch mehr. Oh, fuck! Durch diesem Tunnel musst du geh'n. Au. Au. Irgendwas haupt mich. Okay. Ja. Ich muss mal ins Licht. Ich seh'n nicht. Ich muss ins Licht. Ich komm' ins Licht. Oh. Genau deswegen. Ja, noch fünfmal geblieben. Ah, ah. Schön wie meine Granate. Okay. Hier oben ist so jetzt sauber. Ähm. Jo, sauber. Ach, warum macht die hier die Tür zu? Muss man ganz außen rumlaufen. Hm. Nee, oder? Naja, doch beim Horrorraum. Darum hat mich geschehen... Agi, du bist ziemlich angekratzt. Bege... Stand still, will ya? Ich versuche dich zu heilen! Vlad, die Impaler? Ne, die... Vlad! Ja? Ist das nicht? Ist das nicht? Shotgun? Ja. Scheinend. Ich nehm' jetzt trotzdem die Automatik. Bin ich jetzt erst mal auf der sicheren Seite. Jo. So. Komm, jetzt können wir hier, ähm... Kann mich jemand noch heilen? Jaja, ich bin hinter dir. Warte. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich will Sven. Super. Stand still, will ya? I'm trying to heal ya! Stand still, boys! Stand still, I'll stick it when the sun doesn't bloody shine! Klopft, Target. Ja, vorne kommt was. Ja. So muss es sein. Ich bleib immer hier ein bisschen helfen zuzumachen. Ja, wir müssen hier halt... hier auf die Seite kommen. Aua! Ich mach' die Tür nur mal zu. Flashpound. Mach' das nicht. Ich mach' die Tür. Ich mach' das nicht. Ist das nicht. Ich mach' das nicht. Okay, ich hab' das nicht. Und meine ist leer. Ich bin jetzt... Und... Meine ist leer. Ok, unser Versace ist vorne Hinter uns Wo kommen die her? Lüftungsschacht, achso hier ist ein Lüftungsschacht auch noch Weiß, über Sven Warte Warte Goldaub Schau mal, jetzt können wir uns hier durchladen Wir sind nur noch 108 Warte, dann bin ich kurz Das ist doch Ich bin leer Was? Hinter uns, Lüftungsschacht Oh ja Ok, ich komm ran Warte 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 Danke Was heißt ja gleich sein eigentlich 50 meter von hier nach so der öffnet ja hier nicht stimmt ja das ist ja nur der ausgang hey wir sind hier um die welt zu retten das kostet geld wie immer ja habe ich mir schon gedacht du bist der held der die welt retten soll ja dann hol dir erst mal eine neue waffe kostet so und so viel aber ich habe ein bullpup warum habe ich das du es kannst also wer geld braucht hat noch tausend welche nicht abgeneigt für 300 oder so könnte mir die combat shotgun holen hier ja danke das sollte reichen ja danke das sollte reichen ja reicht stelle 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 jahre ja ich habe keine kombi darmer mehr egal nirg Oh, voll verpeilt. Au, 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 au. Ja, fuck. Ja, genau. Achtung, hinter uns. Ja, Flashpoint.